Willkommen zum 22. Video der Videoserie Merkmale von Hochsensibilität und in diesem Video geht es um das Thema Gerechtigkeitssinn. Denn viele Hochsensible erleben das, kennen das, dass einfach ein sehr, sehr starker Sinn für Gerechtigkeit da ist und dass es Gefühle weckt, wenn irgendwas ungerecht ist oder unfair oder nicht ganz stimmig für alle. Das finde ich auch einen interessanten Punkt daran, dass dieses Gefühl, wir müssen hier was ändern, da stimmt was nicht, dann nachlässt, wenn es wirklich für alle rund ist. Was sehr, sehr schön ist, also es ist wie so eine Gemeinschaft erhaltende Energie, kann man sagen. Es geht nicht um das Individuum, es geht nicht um den Einzelnen, dass der einen Gewinn hat, sondern es geht um die Gruppe. Und die wiederum unterstützt ja jeden Einzelnen im Idealfall. Für mich ist das Thema recht eng verwandt mit dem Thema Wut. Da könnte ich eigentlich auch mal ein Video zu machen, Hochsensible und Wut. Ich habe schon mal eins gemacht. Könnte ich auch verlinken einfach. Ja, dieser Gerechtigkeitssinn bringt oft Wut hervor. Das heißt, wenn irgendwo eine Grenze überschritten wird, das ist meine Erfahrung mit Wut, dann kommt Wut als Gefühl von, hey, stopp, geh nicht über diese Grenze. Wenn Wut da sein darf, dann wird sie meiner Erfahrung nach zu Kraft. Das heißt, dann geht es nicht nach außen, sondern ist einfach, hier bin ich und ich kann in mir ruhen und ausstrahlen, wo ist meine Grenze. Und dann hat es auch was sehr beschützendes. Das heißt, ich weiß nicht, was es heißt. Vielleicht reicht es gleich mal mit dem Video zu drehen für heute, weil ich müde werde. Das heißt, ich habe meine natürliche Grenze erreicht. Und ja, ich wüsste jetzt auch nichts zu dem Thema. Gibt es jetzt ein nicht gelernt, damit umzugehen, mit dem Gerechtigkeitssinn und nicht gelernt, damit umzugehen. Höchstens, ja, kann ich mit meiner Wut sein. Also kann ich einfach damit da sein und sagen, wenn was nicht passt. Oder merke ich, ich spüre, da ist was ungerecht, aber ich mache meinen Mund nicht auf, weil ich Angst habe, dass XY oder weil ich das ja nicht einfach machen kann. Das hängt stark mit dem Thema Grenzen setzen zusammen. Wenn dich das interessiert, ich habe auch noch Videos dazu, habe auch geführte Meditationen auf meiner Webseite und einen Grenzen setzen Test, wie gut kannst du Grenzen setzen und einen Videokurs. Das ist es für heute. Wir sehen uns im nächsten Video und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und vielleicht auch einen Tag im Wald, wenn du die Zeit hast. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020